Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Rogue-Company-Rogue-Vorstellung, die erstmal mit Juke. Sie wird die neueste Verteidigerin im Spiel sein und sie hat eine sehr, also ich glaube, sie wird einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Meta von Rogue-Company haben. Meiner Meinung nach jedenfalls von der Fähigkeit und ihrer Passiven her. Zu der wir gleich kommen, erstmal reden wir über ihre Bio. So, Juke ist die Frau, die für die Erschaffung der ersten echten künstlichen Intelligenz verantwortlich ist. Das ist einfach komisch geschrieben, das ist ein Fehler. Die brillante Wissenschaftlerin besitzt mehrere Doktortitel und arbeitete für FOMI-62, bevor sie sich der Rogue-Company anschloss, um der Frage nachzugehen, wer die Schuld trägt an der Zerstörung ihres Lebenswerkes beim Angriff auf die FOMI-62-Einrichtung Sion. Okay, ihre Fähigkeit ist die Laserdrohne und ihre Passive sind die Spezialstiefel. Dazu können wir gleich in-game. Erstmal, wir können sie nochmal kurz so anschauen, damit wir einen besseren Blick über sie haben. Sie hat am Anfang schon einen Skin, den ich persönlich sehr cool finde, vom MIR-62-Skin, also der Skin, wie sie aussah, als sie dort noch gearbeitet hat. Ich finde ihr Design sehr cool, sie sieht sehr nice aus wirklich, also ich finde, es passt auch sehr gut mit denen, ich sehe es gerade erst, die, wenn man hier schaut, die Rockets, oder die Stiefel, sind verbunden mit ihren Armen, also dass sie auf ihre Arme drücken kann, wenn sie das aktivieren möchte oder so, das ist ein Bereich, würde ich denken. Aber gut, hier gehen wir erstmal rüber, denn sie hat eine neue Waffe, nämlich die IBX, würde ich sagen, IBX, IBX. Sieht jedenfalls so aus, ist eine Maschinenpistole, aber arbeitet mit Salven, zu dem wir gleich kommen. Ihr zweite Waffe ist die Conviction, also die LMG von Mac. Sie hat Specialty Warrant und als Nachkampf hat er das Kampfmesser und zwei neue Ganges, nämlich einmal den Reflektor und einmal die Einschlagsgranate. Zu den beiden kommen wir gleich ingame, schauen wir uns ihre Extras an, ihre Perks an. Sie hat flinke Hände, Versorgungslieferung, Lebensablass, Pirschjäger, Waffenschmied, Erholung, Energiegeladen und Kugelsicher. Alles sehr gute Sachen, also natürlich für den Verteidiger ist es natürlich sehr nice, wenn du Kugelsicher hast, logischerweise. Aber auch Energiegeladen wird sehr krass noch bei ihr werden, wenn wir gleich mal zu den Fähigkeiten kommen. Wir schauen uns kurz ihre Meisterungsstufen an, ein hübscher Spray mit ihren Schonen, dann einfach ihr Gesicht. Das sieht nicht so gut aus, aber gut, egal. Welchen Mode? Kannst du den Mode aktivieren? Eh, okay. Das sieht cool aus, so ein bisschen Hero-Landing-Pose. Nice. Kannst du mal aktivieren, bitte? Ein bisschen, wenn wir rumgehen, auf der Seite. Also, gefällt mir, gefällt mir. Dann hier ist ihr Banner, gefällt mir auch sehr gut. Dann der Rahmen. Hier ist der zweite Avatar, dieses Mal mit der künstlichen Intelligenz von ihr. Dann ein weiterer, ein weiterer Banner. Das ist aus dem Trailer von Juke, falls ihr den nicht geschaut habt. Dann, ja, falls ihr den noch nicht geschaut habt, egal. Und letztes hat sie auf Stufe 10 den Titel Dornige Blüte Switchblade. Das ist falsch. Das ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Das ist falsch. Dornige Blüte Switchblade ist ein Skin. Ich weiß nicht ganz so, dass es hier als Titel steht. Aber egal, das ist jetzt erst noch nicht so wichtig. Gut, dann sehen wir uns auch in den Gaming wieder. Bis gleich. Ich warte euch mal ganz kurz zeigen, es gibt einen neuen Rogue-Auswahl-Bildschirm. Was ich sehr cool finde. Man kann ja aufteilen, du Landdurchstützer, Verteiler, Brecher. Gefällt mir sehr gut, um ehrlich zu sein. Das finde ich dann alles wirklich. Okay, Juke ist hier unten. Hier sind auch die ganzen Talente. Hier haben wir das Bild. Zinspruch. The latest and greatest. Ich weiß gar nicht, aus welchem Land sie kommt. Ich denke mal, sie wird aus Amerika, I guess. Aber irgendwie gab es nichts anderes zu ihr, leider. So, okay. Hört sich jedenfalls in Deutsch. Äh, sehr. Zu Afrikanisch an, wenn man das so sagen kann. So, okay. Dann, ich kaufe mal kurz die Waffe. Wenn wir das schon mal da haben. Äh, auf die Sachen kaufen. Warte mal, wir gehen mal ganz kurz zurück. Okay. Was ich jetzt mal sagen werde, ist, ähm, wir können ja einmal über ihre Passive gehen. Nämlich die Spezialstiefel. Juke, wie man gerade sehen kann, unter ihrem Aimkreuz, oder wie man, ja, unter dem Aimteil, da sind drei Pips, ich würde es jetzt mal Pips nennen, die man aufbrochen kann, indem man rollt. Aber, wenn man die Rolltaste drückt, dann rollt Juke nicht, sondern, sie benutzt ein Pip, um damit dann, äh, ihre Passive zu aktivieren und die Raketenstiefel zu aktivieren. Das heißt, wenn ich, wenn ich gleich mal die Raketenschiffe aktiviere, dann kann ich fliegen. Sozusagen. Jedenfalls für kurzzeit. Ich kann mich auch von der Luft rumstoßen. Was ich also sehr nice finde. Das ist sehr cool. Damit kann man über, ähm, größere Abgründe und so was sprengen, wenn man möchte. Und, ähm, ja. Wenn man hier ganz sehen kann, man kann es auch steuern, indem man einfach, möglicherweise, halt herumläuft, herumschaut. Je nachdem, wie man es haben möchte. Natürlich wird man noch ein bisschen Seite gedrängt, wenn man, äh, weil man halt nicht genau wie, wie im Viereck, äh, der Schwell, würde ich das jetzt sagen, könnte. So, zack. So, das ist sehr nice. Du kannst bei der Emotion nicht schießen, aber danach. Also, wenn ich jetzt hier springen würde, dann kann ich halt schießen, wenn ich wollte. Du kannst natürlich nicht anvisieren, weil das logischerweise in Luft nicht geht. Aber, du kannst, äh, einfach so schießen, und hoffen, dass du was triffst. Ich finde das sehr, sehr cool. Du kannst, ähm, damit ein bisschen, ein bisschen schneller, auch, halt über, über größere Terrains und so weiter. Und kannst die Gegner auch ein bisschen verwirren. Also, äh, das funktioniert sehr cool, finde ich persönlich. Ich könnte auch, äh, kann ich, okay, ich bin schon mal nicht hoch. Aber wenn ich wollte, könnte ich halt, ähm, Dinge gut verfolgen. Bei höheren Sachen, man kann es natürlich auch hier aus der, ähm, aus dem Saal aktivieren. Finde ich, persönlich, eine sehr, sehr coole Passive. Die, ähm, es macht sich sehr mobil, und es ist wirklich nice. Es gefällt mir sehr gut. Okay. Und dann kommen wir zu ihrer Fähigkeit, nämlich, den, Laser-Drohnen. Duke schmeißt, äh, bis zu zwei Laser-Drohnen von sich weg, die an einer geraden Linie, ähm, zum Zielpunkt fliegen. Warte jetzt mal hier hinten. Zack. Das fliegt immer wieder hier hinten. So. Diese Laser-Drohnen, äh, docken sich an jede Wand an, diese, äh, an die Wand an diese erreichen, an das Objekt an das sie erreichen, und bleiben dann dort hängen. Was sie danach tun, ist, dass sie, sie schießen, einen Laser los, logischerweise, der pro Schoß zwei Schaden macht. Ähm, wie man sehen kann, es ist recht schnell, die zwei Schaden, also, äh, es ist nicht viel Schaden, aber der Gegner wird recht schnell runtergehauen. Und wenn der Gegner halt nicht weiß, wo die Teile sind, oder nicht genau sofort mitbekommt, wo die sind. Ähm, also sie schießen nicht direkt los, sondern sie, wir sehen erstmal den Gegner an, weil du mal kurz sterben würdest. hier, zack, Laser und dann, also der rote Laser und dann halt den richtigen Laser. Ist sehr cool, finde ich persönlich. Packen wir da kurz an hier drüben hin, letzten dann nach oben, damit das aufhört. Wenn man es gerade sehen kann, der Laser verfolgt die Kestrel, macht hier die ganze Zeit Schaden. Ähm, ich glaube, also wie es aussieht, kann man die auch ein bisschen ausweichen, ist also kein, kompletter Aim-Bot. So ein bisschen kann man es euch, also, äh, wäre sie ein bisschen, oder wäre er ein bisschen, ähm, aktiver, könnte er immer ganz gut ausweichen. Ja, das macht halt nicht unangenehm wenig Schaden. Warte, ich packe mal beide hier rüber. Wenn man halt zwei zur gleichen Zeit hat, bekommt der Gegner halt, äh, halt vier Schaden. Ich glaube, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie schnell es ist. Ich glaube, 0,2 Sekunden oder sowas in dem Bereich, würde ich denken. Und der Schaden ist schon nice. Also, wenn der Gegner, die Teilen, äh, darauf nicht reagiert und sie zerstört, dann hat er einfach gar keine Chance. Man kann ja nicht zerstören, wenn man draufschießt, logischerweise. Sie haben nichts zu, aber sie haben nicht viel Leben, wie man sehen kann. Hammer. Ich glaube, drei Schüsse. Eins, zwei, drei. Drei Schüsse mit der Pistole. Und wenn du halt irgendwas hast, wie halt zum Beispiel die Mamba, dann ist das einfach instant kaputt. Genau. Okay, das sind, jetzt war es eigentlich, ist ihr Kid erst mal. Besonders ihre Fähigkeiten, ihre Passive. Finde ich persönlich sehr stark. Also, sie kann, sie ist eine super Verteidigerin, kann unglaublich nützlich werden. Und, ähm, ich finde es macht auch Spaß, um dich herumzudaschen. Warte, was soll das gerade? Das sollte nicht passieren. Hä? Das ist auch strange. Wenn ich das, gehe ich mal kurz hier hoch. Warte, lass mich bitte nach oben. Nein, ich will nicht rüber gehen. Hä? Ich war drauf. Das mache ich jetzt falsch. Okay. Das ist komisch. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ganz, wieso das gerade so ist. Ey. Aber du kannst halt einfach rüber dashen und dann hier drüben landen. Und das ist halt schon nice. Du kannst halt nur nicht in den großen Bereich, ähm, abgehen. Schau mir das Ganze, weil es nervt ein bisschen. Okay. Und dann, kommen wir zu ihrer neuen Waffe und ihren Gadgets. Zuerst mal die, äh, IBX. Das ist eine Maschinenpistole, welche aber in Salben schießt. Was sehr cool ist. Sie hat dafür einen recht starken, ähm, Zug. Also, Range ist ein bisschen schwerer zu treffen, wie man sehen kann. Und auch, sie hat auch sehr unwahrscheinlich jeden Schuss. Ich würde noch kurz an die Wand schießen, dann kann man besser sehen, wie es aussieht. man schießt entweder so, die Salben entweder nach links oder nach rechts. Was, es tut uns aber, es tut uns aber sehr, sehr gut noch. Wenn ich jetzt hier unanvisiert, unanvisiert, einstichse, dann sind die, äh, ist wahrscheinlich recht, dass ich irgendwo das Treff schon noch angeschrieben habe. nicht zu schlecht. Das Magazin ist recht groß, finde ich, für so eine Waffe. 30, ähm, 30, äh, Patronen sind schon nicht schlecht. Und der Schaden ist auch wirklich nicht gering. Also, pro, äh, pro Range Bodyhit 8 Schaden, pro Nahkampf, äh, nahe Bodyhit einfach 10. Und Headshots, wie viel ist das? 13. Was ist Range? 10. Es hat schon wirklich ein schlecht, aber natürlich, ähm, es ist sehr böse. So, das nächste wäre dann, äh, eine größere Magazin Kapazität und, äh, schnelleres Nachladetempo. Ich mal kurz hier nachladen würde. Zack. Genau. Ich finde, die Waffe, die Waffe ist wirklich nice. Das hört sich auch ein bisschen anders an, aber ich glaube, ich bin einfach nur ich gerade. So, das nächste ist dann, äh, Treffer, sie hat beim Feuern aus der Hüfte und reduzierte Steuerung. Also, es ist schon nice, ein bisschen genauer schießen und weniger herumgeschmissen werden beim Schießen oder weniger zu ziehen. Und, als letztes, äh, wenn die Reichweite erhöht und, äh, ein Schalldämpfer. Oh. Das ist ein sehr schöner Sonnenmichtson. Das gefällt mir sehr gut. Sehr angenehm, den zu hören. Äh, es ist schon nice, es ist schon nice. also jetzt auch 40 Munition und so ist halt auch schon nicht schlecht. Und der Schaden ist auch wirklich krass angenehm, möchte ich sagen. Die Waffe gefällt mir sehr gut. So, okay, das war's mit der Waffe meiner Zeit. Jetzt haben wir natürlich die Conviction hier. Auch nice. Kennen wir aber auch schon. So, ich find's ein bisschen lustig, was mit ihr, aber gut. Äh, wechseln wir noch zwei andere Waffe, weil es interessanter ist. Okay, dann gehen wir zum Reflektor. Der Reflektor ist ein ganz neues Sketch, wie schon erzählt, welches, ähm, eine Druckwelle erzeugt. Warte, ich will mal kurz das hier mitnehmen. Wo bist du, wo bist du? Das. Ah, ist einfacher für uns gerade. Genau. Okay. Der Reflektor erzeugt eine Druckwelle, die Gegner wegschießt. Das ist das erste, äh, erste Fähigkeit, erste, ähm, erste Tool in Royal Company, was Gegner wegschießt. Ähm, am Anfang ist es nicht zu weit, aber auf, so im ersten Kaufen ist es dann, äh, erste, zweite Stufe, ja, zweite Stufe ist dann halt fünf Meter Erhöhung und, äh, zweit ist die Abgrenzzeit. Ich weiß nicht ganz, was die Abgrenzzeit bedeuten soll, aber man bekommt einen zweiten. Ich weiß nicht, ist ein bisschen strange. So, okay, zack. Das Ganze funktioniert auch durch die Wände, wenn ich mal kurz hier rüber gehen würde. Und, das kann ich euch bei den Gegnern hier zeigen. Wenn ich unter ihm stehe, dann kann ich den Talen, warte, wenn ich das treffen würde, wegschubsen. Ich glaube, es ist gewollt, ich bin richtig, dass es gewollt ist. Ähm, das Design von der Fähigkeit, äh, von dem Gadget, ist meine Meinung, das sagt cool. Also, dieser Effekt ist wirklich nice gemacht. Es macht gar keinen Schaden, das ist richtig wichtig zu wissen. Und du hast, du musst dann auch kurz warten danach, bis du deine Waffe, äh, in die Hand nimmst. Zack. Aber es funktioniert übertrieben gut, ähm, und kann sehr, sehr viel im Spiel verändern, meiner Meinung nach. Nach, meiner Meinung nach, genau. Es ist sehr, sehr nice. Zack. Äh, und auch ein großer Bereich, also du kannst halt mehrere Gegner zur gleichen Zeit wegschmeißen. Also, wenn du es schaffst, ein ganzes Team wegzuhauen, das ist nicht unwahrscheinlich, dass es möglich ist. Oder das passiert, das ist schon krass crazy. Und, als zweites, gibt es eine neue, äh, Einschlagsgenate. Welche einfach eine Garte ist, die sofort explodiert, wenn sie den Boden erreicht. Zack. Macht, daher auch nicht zu viel Schaden, aber es ist halt nice zu benutzen, einfach. So, nochmal, bitte. Zack. Geh das mit. Genau. Okay. Zack. Genau. Wenn wir kurz mal anschauen, was die Verbesserungen sind. Okay. Äh, auf der, der Zeitschernstufe wird, die, äh, der Explosionsradius erhöht. Und bei der dritten, die Abklängenzeit, ich glaube, na doch, lassen wir es dabei ist. Die Abklängenzeit. Ich weiß nicht, wie es eine Abklängenzeit ist, aber wird mich ein bisschen, was damit gemeint ist. Ich bin mir nicht sicher, ob das richtig ist, oder falsch. I don't know. Sieht sehr ähnlich, wie die, ähm, Bouncegranate aus, aber, ja, okay. Dann gucken wir sich, Lücher, Energie geladen, Anmerholung, Waffenschmiede, Birsteiger, Lebensablass. Und, das kennen wir alle schon. Und, die wollen und so weiter. Schon, also, okay, willkommen mal, willkommen mal, zu einer, zu einer, zu einer Emotion. Das habe ich nicht schlecht, wenn wir uns mal die, äh, die Hand umschauen. Damit wir sie noch mal besser von vorne sehen können. So. Zack. Ich finde, also, ihr Design gefällt mir auch wirklich sehr gut. Sehr cool. ich finde, sie ist einander bisher mit am coolsten Seiten Rokes. Also, jetzt nicht von, äh, Badass-Faktos, sondern einfach von, ich weiß nicht, was cool ist, es ist technologisch, und sowas ist schon nice, gefällt mir sehr gut. So, okay. Und auch das ganze Kit, das ist schon nice. Das ist sehr passend und, sehr spaßig. So, okay, dann wird es mal die Stimmen an. Oh Gott. Das wird nervig. Okay. Ich habe eine andere Sache. Nein. Okay. Dann. Ich war zu schnell. Verdammt. Okay. Warten wir kurz. Komm schon. Cancel that. Hold your positions. Group up. Okay. Okay, damit werden wir eigentlich durch mit Glück durch. Ähm. Ihr Stimme gefällt mir. Es ist besser als manch andere. Das erinnere mich sehr krass an diesen Popstar, ähm, Phantom Skin. Aber gut, zu Phantom und Skins können wir auch später wieder. Wenn wir im nächsten Video erst, das ist ein bisschen chieser, dann da stelle ich dir einen Battle Pass vor. Schaut euch das gerne mal an. Das ist hier irgendwo verlinkt. Wahrscheinlich am Ende. Die Videos können wir wahrscheinlich ein bisschen, entweder zur gleichen Zeit oder ein bisschen Zeit versetzt raus. Ist ja immer eher zur gleichen Zeit. Wird aber nicht schlecht. So, also so ging es uns hier oder sowas in dem Bereich. Okay. Also, wie schon gesagt, ich mag Juke's Kit bei Trim gerne. Sie hat ein sehr cooles Design. Ihre Raketenstiefel sind unglaublich cool. Ich finde, ich finde, das ist so eine coole Idee zu benutzen. Und ich glaube, die können auch ein bisschen was am Spiel verändern. Also an der Meta und so. Ich werde sie jedenfalls sehr gerne spielen und sehr viel Spaß mit ihr haben. Die neuen Gadgets sind sehr nice. Die, ähm, Granate ist jetzt nicht zu crazy. Aber, die, äh, das Erschütterungsteil ist sehr, sehr stark. Also, das kann sehr nervig werden. Da habe ich jetzt eigentlich schon gar keinen Bock drauf. Es muss sehr bald einen Rogue geben, der einen Counter darauf hat. Wäre jedenfalls nicht schlecht. Ähm, ich glaube, jeder Rogue-Kammer davon getroffen wird. Ich habe gerade überlegt, ob man damit auch, äh, Anvil treffen kann. Aber ich bin mir recht sicher, dass es auch von uns zählt. Aber gut, das werden wir dann wissen. So, okay, sehr gut zu hoffen. Okay, irgendwann ist man wieder perfekt dann. Die neue Waffe ist sehr nice, kann sehr nervig werden, gegen sie zu spielen. Allgemein, Ju kann ein sehr, sehr nerviger Charakter werden. Ihre Drohnen sind sehr crazy. Finde ich. Sehr, sehr crazy. Also, das kann auch sehr nervig werden. Es kann alles sehr nervig werden von ihr. Der Schaden ist nicht schlecht, das ist halt schon gering, aber es kann sehr nervig werden, logischerweise. Keine Ahnung, natürlich von Glitch und allen anderen Sachen sehr schnell zerstört werden, wenn man einen Glitch im Team hat. Ähm, was man in Ranked sehr schnell erzeugen kann, wenn man Duke spielt. oder, ähm, sagen wir, egal. Okay, gut. Schreibt gerne eure Meinung zur Duke in die Kommentare, würde mich wirklich interessieren, also wirklich, wirklich interessieren. Lasst gerne einen Like, abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt, ähm, für noch mehr Raw Company Content und, keine Ahnung, Smile Party und was ist das alles, andere Hyrule Games. Ja, dann schaut euch gerne das Battle Pass Video an, passt euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Tschüss. Ciao.